Liebe Schwestern und Brüder, wenn uns der Hebräerbrief heute dazu aufruft, unentwegt auf Jesus zu schauen, Urheber und Vollender des Glaubens, wie dieses Schreiben, wie diese Predigt Christus so schön nennt, dann ist damit eine Haltung verbunden, die der Hebräerbrief von Anfang an einschärfen will. Es ist nicht diese oder jene moralische Haltung, die eine oder die andere Tugend, sondern es ist eine Grundtugend. Wir könnten sie mit dem Wort Stabilitas Fidei umschreiben. Eine Ausdauer, Geduld, Stabilität im Glauben. Wozu man sich einmal entschieden hat, was man einmal erkannt hat, das wird durchgehalten. Das ist eigentlich etwas Unglaubliches. Diese Gemeinde damals ist verunsichert, sie ist in eine schwierige Zeit gestellt. Unterschiedliche Einflüsse, philosophische Einflüsse, gesellschaftliche Einflüsse, so wie bei uns heute. Wir haben tausende von Stimmen in den Ohren. Und diejenigen, die da tonangebend sind, können es schlichtweg nicht ertragen, dass etwas bleibt. Dass es eine Stabilität gibt. Etwas, was den Menschen Halt gibt. Das ist unerträglich. Deshalb muss sich alles ändern. Wer hätte vor 50 Jahren daran gedacht, dass wir heute es fast für selbstverständlich halten, darüber nachzudenken oder uns geradezu verteidigen zu müssen, wenn wir sagen, Menschen leben und existieren als Frauen und Männer. Als männlich und weiblich. Das ist inzwischen vollkommen in Frage gestellt. Es wird uns durch Vorabendserien, durch Zeitungsartikel und gleich, ob das der billigste Schund ist, irgendwo in einem Studio abgedreht oder ob es ein wissenschaftlicher Artikel ist. Es wird uns eingehämmert, ob wir es haben wollen oder nicht. Ist eines von vielen Beispielen. Dass Menschen, seit sie denken können, sich begreifen, als Mann und Frau, als männlich und weiblich, dass es da eine Zuordnung gibt. Dass sie aus der Offenbarung hören, dass das Gott gewollt ist, dass darauf ein Segen liegt. Weit gefehlt. Wenn sie das heute laut sagen, haben sie eher noch eine Klage am Hals, weil sie irgendjemand diskriminieren. Eine Entwicklung, die rasend schnell in den letzten paar Jahrzehnten vor sich ging. Und das sind die Gründe, die sozusagen uns auch durcheinander machen wollen. Uns durcheinander bringen wollen. Und wir überlegen in der Kirche, müssen wir darauf eingehen? Ist es nicht besser, darauf einzugehen? Verpassen wir sonst sozusagen den Menschen unserer Zeit? Schaut unentwegt auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens. Er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten. Jesus ist neben der ganzen Wolke von Zeugen. All die Beispiele, die der Hebräerbrief bringt, haben nur diesen einen Sinn. Die Geduld im Glauben. Ob das Abraham ist oder wer auch immer. Die Wolke von Zeugen, immer sich orientierend umkreisend um das Urbild, um Christus. Der ganz treu dem Willen des Vaters seinen Weg ging. Und zwar auch durch das Kreuz hindurch, durch das Leiden hindurch, durch den Tod hindurch. Unbeirrt. Wenn wir dieses Wort heute hören, am Tag des Johannes Bosco, dann ist es, glaube ich, erlaubt, noch einen Gedanken dazu zu nehmen. Wenn wir diese Stabilität des Glaubens leben, dann müssen wir von diesem Heiligen etwas lernen. Dass wir, wenn wir dazu entschieden sind, weil wir vorher schon dazu berufen wurden von Gott, der uns einweist auf dieses Urbild des Glaubens, dass wir das nicht verbissen tun. Wenn man so die Diskussionen verfolgt, auch im innerkirchlichen Raum, mit welcher Verbissenheit diese Diskussionen geführt werden, mit welcher Herzenshärte, dann muss uns auch der Hebräerbrief in den Sinn kommen. Die Generation, die immer als Exempel dafür gebracht wird, dass sie diese Ausdauer und Geduld nicht hatten, die hin und her geworfen wurden und deshalb ihr Ziel niemals erreicht haben, ist die Wüstengeneration, die auf Gott nicht hörte. Die nach ihrem eigenen Herzen, wie das so oft in dem Psalmen heißt, die nach ihrem eigenen Herzen gehen wollte. Nach dem Gutdünken, nach dem, was so gerade dran ist, nach dem es uns gerade so gelüstet oder was uns gerade in den Sinn kommt oder was gerade Mode ist. Kein hartes Herz haben, sondern ein gutes Herz, das unentwegt auf Christus blickt und mit ihm auf die vor uns liegende Freude.